So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, hat das schon mal eine angeboxt, jetzt habe ich hier wieder drei Stück. Warum? Bin Fahrrad nach Hause gefahren, unterwegs an der Tankstelle, da quatsche ich immer so ein bisschen, trinke Kaffee, da waren die im Regal drinnen. Five Action Pack Wundertüten. So, ich meine, das sind ältere. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich habe es aber auf meinem Kanal, glaube ich, noch nicht angeboxt, bis jetzt auf das letzte Mal. So genau habe ich auch nicht nachgeschaut. Psst, bin ich ehrlich. Also, wer das genau weiß, wann die rausgekommen sind, ist natürlich schön und gut, wenn derjenige, du oder du, für Klarheit sollst. Aber nichtsdestotrotz, öffne ich hier drei Five Action Pack Wundertüten Nr. 1 für 5 Euro mit zwölf Ninjago Sammelkarten. Cool. Mit zwölf Ninjago Sammelkarten. Hier unten steht, mit zehn Ninjago Sammelkarten eine limitierte Karte, eine XXL-Karte. Hey, limitierte und XXL-Karte ist immer perfekt. Ist immer perfekt, aber die Serie leider nicht. Ist eine ältere Serie, wer natürlich noch Karten braucht, ist natürlich damit absolut bedient. Wie gesagt, ich finde jetzt diese Five Action Pack Wundertüten im Moment überall. Letztes Mal meine Zeitschriften, die dann jetzt an der Zankstelle. Wer weiß, wo es die noch alle gibt. Vielleicht bei Kaufland, Enika, Rewe. Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du es, du es oder du es. Dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht will es ja doch der ein oder andere gerne eine haben, weil ihm noch Karten fehlen. Das dazu. Wegen dieses Plastik, Schrott, Waffen, wisst ihr, bin ich nicht euer Fan. Also Plastik, Schrott, dann noch Waffen, absolut dagegen. Ihr wisst es, aber ist mein Geschmack. Ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich eine andere haben. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, was da drin sein kann. Zwei Hälfte plus Extras. Immer die Extras, die auf die Five Magazine waren. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt noch dreimal wieder die Five Action Pack Wundertüte Nummer 1 für 5 Euro. Und dann seht ihr, du, du und auch du, welche Ninjago Sammelkarten hier drin sind. Und vielleicht könnt ihr die ein oder andere Karten gebrauchen. Schauen wir jetzt direkt mal nach. Erstmal eine XXL. Ist natürlich immer mega. XXL Karten mag ich, bin ich euer Freund. Cool. Dann ein Stickertütchen. Der Lego Ninjago Legacy Serie. Dann ein Pfeif Magazin. Ohne Extra. Mit limitierter Karte. Cool. Ein Boostertütchen. Eine limitierte Karte. Die LE10. Cool. War glaube ich Serie 5. Serie 5. Lang, lang ist es her. Aber trotzdem. Eine limitierte Karte in einem guten Zustand ist immer zu gebrauchen. Mega. Für mich. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht. So, und dann kommen wir zu das zweite Magazin. Und zu das zweite Extra. Aber, so, diese Rückseite ist ein neues Pfeif Magazin, weil die Serie ist doch glaube ich noch gar nicht so alt. Uuuuuh. Ja. Ich muss es ja eh trennen. Da ist dahin. Boostertütchen. Der Lego Ninjago Serie 7. Eine Waffe. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Das war's. Also, limitierte Karte. Ist da. XXL Karte. Ist da. Stickertütchen. Brauchen wir nicht. Kommen wir nun zur zweiten Five Action Pack. Wunder Tüte. Nummer eins. Wie gesagt. Fünf Euro kosten die. Das müsst ihr wissen, ob es euch wert ist, wenn ihr einen Booster, limitierte Karte oder eine XXL Karte noch braucht. Weil einige Karten, ihr wisst ja, sind hochpreisig geworden. Ob limitierte, ob XXL. Vielleicht passt das ja. Stickertütchen. XXL Karte. Perfekt. Die XXL 4. Oder die L. Und. Nee. So. Jetzt haben wir hier. Wahrscheinlich das gleiche und dasselbe Magazin wie gerade. Ja. Warum sie diese Magazine im Keller noch liegen hatten, ohne Ende und die jetzt loswerden müssen. Kann ich natürlich nicht behaupten. Kann ich vielleicht in den Raum stellen. Und ihr schreibt mir dazu was. Aber trotzdem ist die Karte ja cool. Da ist es wieder. Ihr seht hier vorne schon den grauen Griff. Sonst nichts dabei. Keine limitierte. Boostertütchen. Serie W. Und ein Stich. Oh, jetzt Kommentare. Zwei mal limitierte Karte. Die LE10. Perfekt. Serie 5. Die XXL Karten. Sowieso perfekt. Das Ganze werde ich wahrscheinlich jetzt noch einmal haben. Warum? Weil ich jetzt die dritte und letzte 5 Action Pack Bundertüte aufmache. Ich hätte aber die hier. Mein Kumpel Kai. In XXL. Wäre mir lieber. Gibt es da verschiedene drin oder haben die das einfach nur wieder drauf gedruckt? Also. Wenn ihr ein anderes Kombolut schon mal drin hattet. Wenn ihr euch eine gegönnt habt. Schreibt mir mal welche. Welche limitierte Karte und welche XXL. Für Kai. Vielleicht habe ich ja einen Klick. Nein. Habe ich nicht. Stickertütchen auf wieder drin. Mein Kai ist es nicht. Wie. Ja. Das gleiche. Selbe. Jawohl. Müll. Eigentlich jetzt Böses. Ja. Ich fühle es auch schon. Mülltrennung. Extrem. Eine übergroße Tüte. Oh. Der geht nicht kaputt. Wenn man so rum macht. Ihr seht es. Reißen die sofort kaputt auf. So rum geht es. Knicken sie sich ein. So rum nicht. Also. Aber ihr wisst ja eh was ich davon halte. Aber nichts zu trotz. Schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Wie ihr die Tüte findet. Was ihr davon haltet. Habt ihr euch schon eine oder mehrere gönnt. Hoffentlich nicht. Hoffentlich keine Geldverschwendung. Wenn doch. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Habt ihr eine andere XXL Karte drin hatte. Wie Kai. Wie hier vorne drauf ist. Aber sonst. Nein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die 5 Euro. Kann man wirklich woanders bei. Woanders anlegen. Es ist so. Was viel bequemer ist. Ja. Also 5 Euro dafür. Nein. Ist meine Meinung. Ihr schreibt mir Euro. Also ich sag auf jeden Fall. Die 5 Euro sind es nicht wert. Für die Plastikding. Für die limitierte Karte schon. Man kann sie hochpreisiger verkaufen. Ist ganz klar. Aber. Will man das. Will man sich die Arbeit machen. Hm. Weiß ich nicht. Jetzt seid ihr in Ranne. Wie findet ihr sie. Was haltet ihr davon. Haltet ihr was anderes drin. Wenn ihr euch eine mal gekauft habt. Alles andere wisst ihr ja. Schreiben. Kommentieren. Auf jeden Fall. Und das allerwichtigste ist. Bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.